Hey Leute, willkommen zurück zu Tomb Raider. Wir haben gerade den Uni besiegt und nun retten wir Sam. So sieht's aus. Ich würde sagen, das ist die finale Folge, seien wir mal gespannt. Das, nein. Du Drecksack. In der Tat, jetzt ist Schluss, du Mistkerl. Krieg dich, Schwächling. Clara, mach dich fertig. Komm schon, Clara, gibts ihn. Sam. Oh, Sam. Gott sei Dank. Sam. Oh Sam. Gott sei Dank. Lara, was ist passiert? Psst. Ich bin da. Du bist sicher. Alles gut. Alles gut. Du hast mich befreit. Ich hab's gewusst. So wie versprochen, bringen wir dich nach Hause. Jetzt ruf. Komm schon, danke. Z bit k chang museum. Langsam. Geest du Clearly, 176. Die Nummer weg. Verlust du darfst. Das ist mein Liefer. gespielt so werden, Da sind die Nummer weg. Da ist Lara! Sie hat Sam! Geschafft. Ihr wird es bald besser gehen. Was ist da passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nicht viel weg von hier. Ich war so blind. So naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt. Wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Ich muss sagen. Ich muss sagen. Brauchen Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Na ja. Wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht nach Hause. Nein. Wow, Leute, ist das cool. Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht, Tomb Raider zu spielen. Wir haben sehr hart daran gearbeitet, das beste Spiel, das uns möglich war, zu erstellen. Danke für deine Zeit und dass du das Spiel vollendet hast. Das ist doch mal schön. A Survivor is born. Ein Überlebender ist geboren. Oder eine Überlebende. Naja, was soll ich groß sagen, Leute? Ich bin sehr geflasht von dem Spiel. Also die Action ist ja mal wirklich fantastisch. Das Einzige, was mir jetzt so ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist die Charakterzeichnung gewesen. Ich meine, Lara war natürlich super umgesetzt, ihr Leidensweg und ihr Weg einfach zur Tomb Raider, die sie ja ist. Zur Grabräuberin, zur taffen Amazone mit den Doppelkanonen. Aber die anderen waren jetzt ziemlich farblos, oder? Also wie ihr schon gesagt habt im Let's Play, bei vielen Personen war es mir irgendwie böse gesagt fast schon egal, dass sie umgekommen sind. Also Alex, ja gut, Roth war vielleicht was anderes. Der alte Grimm, der ist ja noch alles gestorben. Ja, ziemlich viele. Die fallen mir jetzt, seht ihr, das ist das. Mir fallen nicht mal mehr die Namen dazu ein, der Leute, die umgekommen sind. Weil die eigentlich total uninteressant waren. Das meine ich. Also die Charakterzeichnung war etwas schwach, was die Nebencharaktere angeht. Ja, Lara natürlich super. Aber ansonsten... Naja, ich hatte viel Spaß damit, muss ich sagen. Also die Inszenierung der Actionsequenzen, das war ja wirklich... Wow. Einfach nur wow. Habe ich so noch nicht erlebt in einem Tomb Raider. Ja, natürlich nicht. Die anderen waren ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen... Nicht so ganz inszenatorisch an der Spitze wie das hier. Manchmal war es auch ein bisschen zu viel, finde ich. Also sehr durchgestylt. Aber das muss ja nicht schlecht sein. War sehr cool präsentiert. Auf jeden Fall, wenn ihr möchtet, dann bleibt da noch gerne ein bisschen dran. Ich werde nochmal die Bildergalerien durchschauen, dass der Part nicht so kurz wird. Das wäre ja auch ein bisschen doof. Dann hätte ich den gleich an den letzten ranhängen können. Ja, ich weiß. Aber ich wusste ja nicht, wie lange es noch geht. Von daher... Ja, die anderen werde ich auch noch spielen. Die habe ich ja... Ich habe mir dieses Tomb Raider Pack gekauft. Damals. Also auch mit diesem Spiel hier. Und da waren wirklich alle dabei. Also Teil 1 bis 3. Dann... Was war dann noch? Die Adventures of Lara Croft. Also die klassischen werde ich nicht spielen. Das sage ich gleich dazu. Aber jetzt sowas wie Legend, Anniversary oder umgekehrt Anniversary, Legend. Und dann kommt ja Underworld. Das heißt, diese drei Teile werden noch kommen. Auf jeden Fall. Ja, Angel of Darkness übrigens auch nicht. Bevor jemand fragt. Der schlechteste Teil ever. Aber das ist ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, peinliche Biografie von Crystal Dynamics. Die haben ja die klassischen gemacht. Die allesamt recht gut waren, will ich sagen. Damals. Also ich habe sie sehr gerne gespielt für die Playstation 1. Aber... Naja, Angel of Darkness, das war echt ein Griff ins Klo. Und gerade von den Gründern oder von den Erfindern von Tomb Raider. Furchtbar, furchtbar. Das hätte nicht sein müssen, dieses Spiel, sage ich jetzt mal so. Aber ich habe es auch nicht weit gespielt. Ich habe es irgendwie nach einer Stunde schon in die Ecke geschmissen. Nie wieder angerührt. Naja. Auf jeden Fall, dieses Spiel, ja, sehr gut. Für mich natürlich nicht Game of the Year. Das bleibt weiterhin... Ihr wisst schon was. Muss ich, glaube ich, nicht großartig erwähnen. Ich tue es aber trotzdem The Last of Us. Denn da war die Charakterzeichnung im Vordergrund und die Geschichte einfach nur fantastisch. Hier hat es aber wirklich gute Ansätze gehabt. Vor allem das Mystische mit Himikos Geist war super. Naja. Alles in allem ein wirklich, wirklich, wirklich tolles Spiel. Und ich kann jedem empfehlen, der es noch nicht gespielt hat, das mal auszuprobieren. Auch wenn ihr das Let's Play gesehen habt. Ich habe sehr viel Spaß damit gehabt. Ihr werdet es auch haben, denke ich. Je nachdem, wie ihr da auf das Ding zugeht. Weil viele klassische Tomb Raider Fans, ja, das ist ja immer sowas bei Remakes oder Relaunches, dass man dann sagt, so, na, das alte war aber viel besser, weil... Und dann fehlen die Argumente. Ne, ist wirklich so. Also ich habe das schon oft erlebt. Wenn halt Spiele mit der Zeit gehen und ein bisschen Action geladener werden, dann kommen gleich die alten Verfechter und meckern dran rum. Leider so auch bei Resident Evil, obwohl ich den sechsten Teil ganz okay fand. Zwar nicht so gut wie damals, aber wie gesagt, die Spiele gehen halt mit der Zeit. Man kann es mögen oder nicht. Oder man hält sich dann halt an die klassischen Dinger fest. Naja, ich fange schon wieder an, von anderen Spielen zu reden. Ne, da lasse ich mich wieder verleiten jetzt. Komm wieder vom Thema ab. Auf jeden Fall, wir lassen das jetzt noch kurz durchlaufen. Ich halte so lange die Klappe. Ich weiß eh nicht, was ich noch groß sagen soll. Und dann gehen wir nochmal ins Hauptmenü und schauen uns mal die Galerie an. Wenn ihr möchtet. Wenn ihr möchtet, wie gesagt. Ich weiß, einige wollen das, aber andererseits habe ich auch nicht so großartig Lust drauf, muss ich zugeben. Der Online-Modus. Der Multiplayer. Ich weiß gar nicht, was es da für Spielmodi gibt, aber ich schätze mal wahrscheinlich irgendwas mit Vorratsjagd. Also so ähnlich wie bei Last of Us oder vielleicht auch nur Deathmatch. Vielleicht auch Capture the Flag, irgend sowas. Das sind ja so die klassischen, wie man kennt. Aber, ja, muss jetzt nicht sein von mir aus. Ich kann es aber vielleicht gerne nochmal zeigen, so ein, zwei Parts. Mal gucken. Lust habe ich jetzt, wie gesagt, nicht so drauf nach der Story, nachdem ich die durch habe. Aber mal gucken, wie ihr da drauf reagiert, wenn ihr überhaupt noch dran seid. Viele schalten ja direkt ab, wenn ich mein Versline zum Schluss bringe. Ja, ja, ist so, ist so. Gut, Leute, ich würde sagen, an alle anderen, die jetzt abschalten, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn ein neues Projekt beginnt. Ich werde jetzt nicht sofort anfangen mit den neuen oder mit den alten Tomb Raider-Teilen quasi, sondern werde mir da noch ein bisschen Zeit lassen. Erstmal ein paar Projekte abarbeiten. Kommt jetzt auch wieder so viel raus im September. Ei, 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 ei. Also, damit man nicht zwei Horror-Spiele, oh, freue ich mich da drauf. Die sollen erst mal sozusagen im Vordergrund stehen und dann mache ich irgendwann als bald in Zukunft die anderen Tomb Raider-Teile. Mal gucken. Naja. Alles klar, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin der Bru. Haut's rein. Und tschüss, tschüss. Alle anderen dranbleiben wegen den Galerien. Oder was auch immer ich da freigespielt habe. Schauen wir mal. Glückwunsch, Sie haben die Geschichte abgeschlossen und 97% des gesamten Spiels gemeistert. Sie können jetzt mit weiter auf die Insel zurückkehren, um sämtliche unerledigte Aktivitäten freizuschalten und abzuschließen. Naja. So, dann wollen wir mal gucken. Errungenschaften. Nein, das war's nicht. Das war's nicht. Ähm. Extras? Ich glaube, Extras. Konzeptdesign. Schauen wir mal ganz kurz. Oh, Lara. Ansehen. Aha. So sieht sie sauber aus. Gut, dass wir das ganze Spiel ja nicht übergesehen haben. Sie war... Oh. Das ist auch sehr hübsch. Aber vielleicht zu... Ja. Zu hübsch einfach. Sie ist ja schon eine Schönheit. Zumindest hier im Remake. Oder im Relaunch. Auch wenn sie dreckig ist. Ich weiß ja nicht. Das steht hier irgendwie. Lara sauber kann ich mir gar nicht vorstellen. Hm. Die liebe Sam. Ja. Was haben wir noch? Oh, eins habe ich gar nicht freigespielt. Das ist ja doof. Das ist Roth. Der war schon cool. Ah. Whitman. Ja, der ist ja auch... Der war mir total egal, als er starb. Reyes. Oh, Grimm. Der guckt schon so grämig. Ich glaube, der hat seinen Namen nicht umsonst, ne? Und das waren sie. Was haben wir noch? Äh. Crew, der Endurance. Aha. Das sieht aus, als hätten sie hier echte Menschen hingesetzt. Und sie dann gerade nachgezeichnet. Jonah. Der hat auch überlebt. Alex. Ja. Auch der. Wer war sie denn? Die habe ich hier gar nicht gesehen. Wahrscheinlich war das nur so eine Statistin in der Crew. Die dann gleich am Anfang gestorben ist. Die Sturmwache. Oh, die war ein cool design, finde ich. Aber die sieht ein bisschen böse aus hier. Aha. Ich würde gerne wissen, was das war. Waren das so eine Art Zombies, die Sturmwache? Oder waren das Menschen? Sehr, sehr, sehr seltsam. Oh, Matthias. Der Arsch. Ja, so haben wir ihn, glaube ich, nicht gesehen. Mit dem Anzug. Wer ist das denn? Ach, das waren die ganz normalen. Boah. Das war der Dicke auf dem Schiff. Auf der Endurance. Krass. Oh, ja. Und da sind die ganz Zerupften. Boah. Seht es euch mal an. Jäger der Solari. Sprengmeister der Solari. Krieger der Solari. Solari Vollstrecker. Aha. Die Elite. Boah. Und da. Gefangener der Solari. Ja, das waren die in den komischen Katakomben, die die ganze Zeit rumgeschrien haben. Ah, gucken wir mal weiter. Oh, da gibt es eine ganze Menge. Die Endurance. Aha. Ja, schön. Ich werde mir jetzt nicht alle angucken, oder? Oh, die Hülle der Plünderer. Da sind wir ja aufgewacht. In dem Sack an der Decke. Richtig böse, du. Küstenwald. Ja. Entschuldigung, wenn es ein bisschen schnell geht, aber wenn ich mir jetzt alle langsam anschaue. Werktempel. Oh, das war heftig, als alles in sich zusammenbrach. Cool. Ich glaube, Konzeptzeichner, das muss ein toller Job sein. Wenn man einfach mal irgendwas kritzeln darf. Oh, der Wolfsbau. Ja, von den Wölfen kam irgendwie ziemlich wenig vor, oder? Ich hätte mir vielleicht noch ein paar mehr Kämpfe gegen so wilde, mystische Tiere auch gewünscht. Denn bis auf die Geister war eigentlich kaum was mystisch. So, was haben wir da noch mit dem Funkturm? Schick. Das war eine Aktion, du. Da hätte ich richtig Schiss gehabt. Naja, wie gesagt, sich einfach mal austoben können als Konzeptzeichner, das muss auch super sein. Ich könnte es zwar nicht, weil ich nicht zeichnen kann. Nicht sehr gut. Aber so ein kreativer Job ist bestimmt sehr erfüllend. Los da an der Schlucht. Aha. Ja, ich hätte mir vielleicht nur noch eins, zwei mehr Grabkammern gewünscht. Das war echt das Highlight für mich. Diese Grabkammern mit dem Rätseln und... Ja, nur ein bisschen wenig irgendwie. Oh. Ist das nicht die Barackenstadt? Die Slums? Ja, Ausblick über die Barackenstadt. Die war auch sehr cool. Hat mir echt gefallen vom Design. So ein bisschen halt wie Megaton. Oder generell das Fallout-Universum. So alles Endzeit. Aus Wellblech und notdürftig zusammengezimmert. Echt cool. Olari-Festung. Olari-Festung. Auch hier ist halt echt alles abgefackelt. Wo Lara hinkam, hat sie für Wüstung angerichtet. Virtuelle Thron der Sonnenkönigin. Oh, das war geil mit dem Schiff. Aha, das Walfangboot. Ja, das haben die auseinandergenommen. Ich hab's ja fälschlicherweise so interpretiert, dass die das zusammenzimmern. Nee, nee, haben sie auseinandergenommen. Ja, Klippen mit Schiffswrack. Was ich nur interessant gefunden hätte, oder was ich gerne erfahren hätte, was passiert wäre, wenn wirklich Sam übernommen worden wäre. Die wären doch bestimmt nicht weggekommen. Ich denke mal, Himiko hätte aus Wut alle umgebracht. Die ganzen Solari, oder? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Das Grab des Generals. Die Felsklippen. Also ich fand's schon von der Abwechslung sehr, sehr geil. Ich mein, im Prinzip war's nur eine kleine Insel, aber... Oh, schön. Aufstiegsritual. Oh. Ah. Ein bisschen, ja, wie bei Warcraft. Arthas auf dem Thron. Naja, gut. Ähm. Klau-Modelle gibt's ja auch noch. Mhm. Die kann man sich noch... Ja gut, die kann ich jetzt drehen, aber... Muss ja nicht sein. Hilfen wir uns die nochmal an. Alex. Irgendjemand sagte, der sieht aus wie Harry Potter. Ähm. Keine Ahnung. Habt ihr Filme nie gesehen? Ist mir auch recht... Relativ. Samantha. Äh. Hm. Lass die alle barfuß rumrennen. Leute, wisst ihr, wie kalt das ist? Endurance Deckarbeiter. Ja. Guck mal, der sieht sogar aus wie ein echter Mensch. Also da haben sie wohl jemanden wirklich nur fotografiert vom Team. Und haben den dann umgesetzt. Was? Ach, das ist einmal sauber. Einmal dreckiger. Und dann ganz zerschrubbt. Mit überall geflickt und so. Nicht schlecht. Bleh. Ach, die sehen gruselig aus, die Typen. Warum haben die eigentlich Blut im Gesicht? Haben die was gefressen? Oder haben die auch die Schnauze gekriegt? Der Koloss. Der Oni-Krieger. Oni-Verfolger. Matthias. Ah, der sieht echt unheimlich aus. Himiko, die Sonnenkönigin. Ah. Ah. Naja, gut. Ich denke mal, das reicht. Oh, wir haben sogar genau den Part voll. Na, wunderbar. Na, wie gesagt, Multiplayer. Hm. Weiß nicht. Null Freunde online. Super. Ich hab keine Freunde, die das spielen. Ja. Wer weiß warum. Es soll ja bei solchen Spielen nicht nur um den Multiplayer gehen, sondern hauptsächlich um den Singleplayer. Gut, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Auch jetzt nochmal an dieser Stelle. Ich hab's ja schon gesagt, im Abspann, den ich ein bisschen gecuttet habe. Und, ähm, ja. Wenn ihr noch dran bleibt, ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder bei einem anderen Projekt. Ich bin der Bru. Haut's rein. Tschüss, tschüss.